Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Geil. Im letzten Part haben wir richtig gute Stuff bekommen. Wir haben die Magieanzeige für Majora's Mask bekommen. Wir haben eine leere Flasche mit Rutos Brief für Ocarina of Time bekommen. Und wir haben auch noch die goldene Sora-Schuppe bekommen für Ocarina of Time. Das heißt, da ist ein bisschen was passiert auf jeden Fall bei uns. So, jetzt ist die Frage. Machen wir jetzt hier weiter? Oder gehen wir irgendwo hier anders hin? Das ist ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Weil wir brauchen halt den Enterhaken, um hier alles abschließen zu können. Ansonsten können wir es nicht komplett machen. Das ist halt so ein bisschen das Traurige daran, sag ich mal. Ansonsten wäre das jetzt hier auch kein Problem, das alles weiter zu machen. Aber wir brauchen halt einen Enterhaken. Und das ist schon kacke hier. Okay. Wir müssen auf jeden Fall oben rum als erstes. Na, das wird schwierig. Wir gucken mal, was wir machen können. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das wahrscheinlich nochmal machen müssen später. Wäre vielleicht die bessere Idee... So, die drei müssten reichen. Und jetzt gehen wir schnell die Treppe hoch. Die Leiter. Oh Gott. Die ist ja so blind. Es hätte auch mein Ende sein können. Das ist... Boah, der Stun ist halt einfach fünf Sekunden. Gefühlt. So, zack. Und... Genau. Hier kommen wir jetzt oben rein. Dann können wir den Raum unten leer machen. Und können uns zumindest schon mal die eine Schatzkiste abholen. Okay, man kriegt ja auch Pfeile, weil man die braucht. Äh. Da. Zack. Okay, ich renne auch instant wie los. Äh. Okay. Die Schatzkiste ist schon mal nix. Aber da können ja noch was in den Kisten da... In den Fässern kann ja was drin sein. Das haben wir jetzt mittlerweile gelernt, ne? Dass da... Eine schöne Überraschung drin stecken kann. So, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier den Enterhaken nicht bekommen... Dann war es das schon. Glaube ich. So. Hier ist schon mal gar nichts drin. Ja, ich... Brauche jetzt eigentlich schon einen Enterhaken, um da hochzukommen. Hm. Ja, ich glaube... Wir können erstmal nix weitermachen hier. Also hier können wir wiederkommen, wenn wir einen Enterhaken haben. Vorher... Wird das nix. I guess. Da haben wir ja noch Schatzkisten drauf. Aber ich glaube, das ist da oben. Nein, ansonsten komme ich, glaube ich, hier nirgendwo weiter hin, oder? Hm, nee, hier falle ich auch ganz komisch runter. Nee. Okay, das war's. Mehr können wir hier nicht machen. Okay. Wir haben jetzt den Feuerpfeil. Hm. Wir können jetzt so einige Dinge auftauen. Ich lasse mich jetzt erstmal kurz wieder rausschmeißen. Shit. Ja. Hallo. Ich bin hier. Hey. Muss ich dir erst aufs Boot springen, damit du mich siehst, oder wat? Gibt's ja net. Okay, cool. Ich bin fein damit. Ich bin so fein damit, Leute. Wir können jetzt einfach Eispfeile machen. Feuerpfeile. Bedeutet, wir können in den Bergen auftauen gehen. Bedeutet, wir können ein Loch erreichen. Bedeutet, wir können zum Opa gehen. Ich weiß nicht, wie krass wir hier mit den Eispfeilen was machen können. Das können wir halt auch mal ausprobieren. Naja, warte mal. Mana will ich jetzt nicht verbrauchen. Ich mach die mal mal so. Okay, das müssen wir ausprobieren. Ich geh mal ganz kurz rüber. Darüber. Ich geh mal kurz darüber. Ich geh mal kurz darüber. So. Und hier will ich jetzt mal gucken, ob ich hier mit Eispfeilen mir so einen Weg basteln kann. Weil ich glaube, einmal ist da vielleicht noch ein Loch und andererseits kommen wir dann da drüben noch zu der Feenquelle rüber. Da geht's zur Ocarina of Time. Warte mal ganz kurz. Was war hier drinnen los? Was hatten wir da? Zwei Deku-Kerle. Die hatten wahrscheinlich nichts, oder? Hallo. Jo, das war schon mal nix. Zack. Und was hast du noch Schönes? Oh, das hätte ich mir ja fast leisten können. Shit. 110 Rubine. Da fehlen noch vier. Da müssen wir nochmal wiederkommen vielleicht. Okay, wir gucken mal. Was können wir machen? Kann ich mir mit der... Oh ja, das bringt mir halt nix, ne? Wenn ich keine... Wenn ich kein Dings hab. Ähm. Okay. Kann ich jetzt mir mit Eispfeilen mir ne Brücke bauen? Kann das funktionieren? Das funktioniert. Okay, cool. Hi. Was geht? Ich guck mal, ob das was wird. Oh, so wird's nichts. Ich hab halt nicht so viel Mana. Ich hab glaub ich noch ne Bottle, ne? Mit Mana. Haben wir die nicht bekommen? Ich glaub schon. Das weiß ich halt nicht, ob das was wird. Da müssen wir mal gucken. Ob ich da hoch springen kann. Oh, ist ganz schön hoch. Ne, das wird nix. Shit. Schade. Hättest du sonst echt was werden können? Als Zora vielleicht noch? Ja, als Zora geht. Haha. Boah, ich pack mich hier durchs Spiel, ey. Okay, cool. Wir haben's. Da brauch ich echt Bomben. Ich hab keine Bomben. Ich hab ne Bombenmaske. Ich hab ne Bombenmaske. Lass mich in Ruhe. Ich hab ne Bombenmaske. Äh. Zack. Ha. Haha. Ich hab's euch gezeigt, Leute. So geht das nämlich. Okay. Ah. Okay. Bringt mir nur nix. Ich hab jetzt hier heißes Quellwasser. Ich muss dann später hierher kommen, um den zu befreien, ne? Ja. Okay. Ist gut zu wissen für die Zukunft. Ansonsten war das jetzt halt nicht wirklich was. Oh, hier ist ne Schatzkiste. Seht ihr das unten auf der Karte? Guck mal da. Ist ja nur ne Schatzkiste. Duh, duh. Äh. Oh, wundervoll. Ein Herz. Für Tiere. Okay, Leute. Das war's schon mal hier. Ich würd sagen, wir gehen trotzdem nochmal zu den Bergen. Äh. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was, was wir auftauen können. Mit unseren Eisfallen. Möglicherweise ist das ne gute Idee, oder? Was meint ihr? So, ich mach jetzt mal eben noch meine Hasenuhren drauf. Äh. Ja, war jetzt halt doof, ne? Hätte ja auch was anderes sein können. Irgendwas nützliches. Man weiß das ja vorher nicht. Ich will doch endlich mal den Warp Song haben. Ganz ehrlich, den brauchen wir auch endlich mal. Warpen ist cool. So. Let's go, Epona. Wir gehen mal bei den Goronen kurz vorbeigucken. Und ich hoffe, wir bekommen da vielleicht noch was Gutes. Ansonsten Ocarina of Time und Lord Yabu Yabu, ganz ehrlich. Was soll ich anderes sagen? Lord Yabu Yabu können wir komplett abschließen. Aber wir können jetzt halt nochmal schnell gucken und zwei Sachen auftanken. Und dann sind wir da auch wieder durch. So, zack. Und einmal hier rüber. Jawohl. So macht das doch Spaß. Dü, 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 dü. So. Wir nehmen normale Pfeile. Ja, in den Tempel könnten wir theoretisch jetzt auch rein. Wir haben ja Feuerpfeile. Wir haben wie viele? Wir haben nur einen kleinen Schlüssel. Ein bisschen was könnte man da wahrscheinlich drinnen machen. Hm, okay. Es gibt auch nur drei Schlüssel. Und wir könnten quasi noch bei der Fee mal vorbeigucken. Die natürlich auch wieder gerandomized ist. Aber man könnte mal vorbeigucken. Ba, 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 bam, bam. Njau. Okay. Aber es ist jetzt auch gar nicht mein... Oder? Es ist mein Gas. Will ich da nochmal vorbeigucken dann bei der Fee und gucken was da drin ist? Können wir da nochmal machen. So, wir sind bei elf Minuten. Ich denke im nächsten Part starten wir dann mit... Äh, Lord Yabu Yabu. Weil das wird einfach... Ja, das wird ein easy rush. Und ich glaube da können wir gut 10 bis 15 Items holen. Das können wir uns schon nicht entgehen lassen. Bin ich ehrlich. So. Wir haben gar keine Magieflasche, weil ich habe geresettet. Stimmt. Ich hatte das ja alles gefunden, aber wir haben geresettet. Gibt es hier eigentlich auch ein Loch? Ich habe keine Pumpen. Ah. Aber Mana. Schön. So. Zack. Was haben wir hier drin? Komm schon. Hm. Okay. Das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte. Leider. Das war ein Hunderter Rubine für Ocarina of Time. Das ist nicht schlecht. Au. Was ist los, hä? Tschüss. Äh, ich hole mir nochmal die Bombenmaske zu Rate und gucke mal kurz, ob es hier auch irgendwo noch versteckte Löcher gibt. Wenn, dann sollten die ja mit auftauchen. Hm. Können wir hier nicht. Aber vielleicht an dem Baum noch. Keine Ahnung. Ist das ein Kill? Okay. Wir gucken mal hier kurz durch. Irgendwo muss ja der Typ sein, der Opa. Guck mal, da unten das Herzteil ist ein... eine goldene Skulti. Ach, egal. Ich ignorier dich. Äh. Wo ist denn hin? Ach, egal. So, da haben wir ihn hier. Den müssen wir auftauen. Und dann müssen wir ihm... Ich weiß gar nicht, wie mir das jetzt funktioniert. Müssen wir mal gucken. Jetzt theoretisch ansprechen und dann... Ja. Okay, ein Herzzteil krieg mal. Mehr leider nicht. Was denn jetzt? Also wir haben ja theoretisch jetzt das Lied vorgespielt, ne? Oh, da unten... Ah, da sind die Hoverboots vor... Vor... Vor Dingens. Oh Gott. Hoverboots für Ocarina of Time waren da unten. Ich hab sie gesehen. Okay, ansonsten ist hier erstmal nichts weiterzuholen. Da unten ist noch eine Schatzkiste mit einem Herzteil. Okay, ein bisschen was zu holen gibt's auf jeden Fall hier unten. Sollt man auf jeden Fall machen, sobald hier Sonnenschein herrscht. Denk ich. Äh, wir könnten jetzt darüber gehen und könnten dann mit dem Feuerfall noch das auftauen. Aber... Aber, aber, aber... Äh, ich glaub, dafür brauchen wir Geld. Da könnte man sich ja die Lizenz quasi kaufen. Indem man das da oben dann wegsprengt. Aber ich glaub, das muss man machen... Machen wir das machen, wenn Tag ist? Wenn Tag ist? Was laber ich, wenn hier das Eis geschmolzen ist? Oder wann muss man das machen? Bin mir da gerade gar nicht so sicher. Huch. So, wir racen mal kurz hier lang. Und ich... Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich hoffe, dass wir dann noch schnell in die Feenquelle reinkommen. Hier gibt's ja jetzt alternativ auch noch diesen unsichtbaren Pfad, ne? Da geht's. Was gibt's denn da? Keine Ahnung. Was ist denn das, was da liegt? Das sieht mir aus wie Klamotten. Also von hier sieht's aus wie Klamotten irgendwie. Was es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Shit. Miao. Oh Gott, das war knapp. Okay, sind wir auch hier. Hier können wir auch direkt ne Eule aktivieren. Das ist schön. Und dann pusten wir den nochmal schnell runter. Wir haben die Musik ja am Start. Das ist A rechts, links. A rechts, links. Rechts, A. So, der müsste jetzt umfallen. Und dann haben wir einen Weg zum Dungeon. Aber da wollen wir nicht rein. Wir wollen jetzt nur mal kurz, äh... Natürlich klappt das nicht. Warum klappt das nicht? Ach so. Ist schon vorbei, ne? Wir haben die Animation nur nicht gesehen. Verstehe. Okay. So, und hier ist wieder eine random Höhle. Ach schön. Ach schön. Ah, cool. Okay, was haben wir denn hier? Magic. Da ist sie. Die Mucke. Hallo. Cool, wir haben ein bisschen was gefunden, Leute. Äh. Ja. Hä? Ah, dafür brauchen wir den, den Pilz. Okay. 100 Rubine kostet das. Okay, müssen wir später machen. Aber. Cool. Portion Shop haben wir gefunden. Aber der ist jetzt nicht wichtig, ne? Der ist nicht wichtig. Ah. Zelda Trailer Princess. Ist das nicht geil, Leute? Ist das nicht geil? So, hier müssten wir theoretisch jetzt auch mal die Fackeln anzünden. Ich glaube, das müsste ein easy Mode sein. Dann können wir ihm noch oben das Lied vorspielen. Dann kriegen wir auch noch mal ein Item. Oben kriegen wir diesen Fleischball raus. Das ist nur ganz merkwürdig, den dann zurückzubringen, glaube ich. Kriegen wir das überhaupt hin? Wie macht man das? Gott. Das müssen wir mal rausfinden. Okay. Wir gehen erst mal ganz kurz zu ihm hier. Müssen wir das noch mal spielen? Äh. Ne. Reicht das? Jo. Ja, ja. Den Spiegelschild. Geil. Spiegelschild für... Achso, für mein Joe's Mask ist das. Ja. Ne, warte mal. Das ist hier falsch. Äh... Den haben wir hier auch nicht zum Ausrüsten. Nö, ne? Aber cool. Spiegelschild ist nice. Ah doch, hier. Zack. Spiegelschild. Okay. Ja, dann. Wupp. Ist jetzt automatisch ausgetauscht. Okay. Fackeln sind auch an. Geronen schlafen jetzt. Wir machen mal eben den. Ah, schöne Musik, ne? Dann dreht sich das da oben. Dann müssen wir die ganzen Teile kaputt machen. Dann kriegt man theoretisch Fleisch. Es sei denn, dass es gerandomized. Dann... Weiß ich aber nicht, wie das funktioniert dann. Dann ist es entweder nicht wichtig, oder... I don't get it. Okay, we will see. Warum heult denn der jetzt wieder? Der müsste doch jetzt schlafen. Okay, Night of the First Day. Ja, Leute, wir machen nur ein bisschen. Wir sind gerade... Wir haben gerade einen Lauf. Mio. So. Jetzt müssen wir ein bisschen Dinger kaputt machen. Wenn wir da jetzt was rauskriegen, weiß ich natürlich nicht. Shit. Das war schon mal nix. Kann man das nicht anders machen? Okay, direkt Fleisch. Aber ich verstehe nicht, wie ich... Hä, wie soll ich denn das dem hintragen? Das funktioniert doch nicht. Das ist ja so schon richtig scheiße, aber... Ah, okay. Ich hab's quasi jetzt einfach... Ah, okay. Verstehe. Cool. Ich hab's quasi jetzt einfach aufgenommen. Muss ich noch mehr kaputt machen? Krieg ich da noch ein Item, wenn ich alles kaputt mach? Gibt's noch ein Herzteil oder so? Ich weiß es leider nicht. Deswegen mach ich einfach mal. Und hoffe. Aua. Ah, ich glaub nicht, ne? Das ist nur das Fleisch. Ich denke schon. Ja, ich glaub... Nee. Ich glaub, das ist nur das Fleisch. Wenn... Wenn's hier noch was geben sollte, schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Dann, äh... Werde ich da nochmal dran rempeln. Aber ich glaube, das ist wirklich nur das Fleisch, was wir hier bekommen. Okay, dann sind wir durch. Dann werde ich dem jetzt nochmal das Fleisch vorbeibringen. Und dann hätte ich gesagt, äh... Ocarina of Time im nächsten Part, oder? Was meint ihr? Äh... Warum dreht sich das gerade alles? Hier muss ich runter. So. So. Nice. Ich freu mich. Das lief echt verdammt gut, Leute. Das lief richtig gut. Hätte ich so halt gar nicht erwartet, dass wir das jetzt noch so krass auf die Ketten fliegen hier. Shit. Ja, wir sind weg. Wenn wir dem jetzt noch seine Maske bringen, oder sein Futter bringen, dann kriegt man von dem auch nochmal ein Item. Theoretisch die... Dongero-Maske. Aber... Ob die das jetzt ist, bezweifle ich. Trotzdem, wir haben jetzt so viel krassen Stuff bekommen. Also wir können jetzt auf jeden Fall easy, Leute, Yabu-Yabu machen. Da freu ich mich drauf. Ah ja, guck mal, da ist ein Fleisch. Hä, cool. Wie gut das gemacht ist. Oh, weggefuttert, Leute. So, was kriegt man dafür? Erstmal kommt er runter. Dann müssen wir das mit dem nämlich auch nicht nochmal machen. Schön. Komm, gib mir was. Die Silberhandschuhe für Majora's Mask. Was? So, Helle. Okay, wir haben Silberhandschuhe bekommen für Majora's Mask. Tschüss. Ja, jetzt haben wir Silberhandschuhe an. Jetzt können wir Steine hochheben. Okay. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen soll, aber okay. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder in Ocarina of Time. Ich könnte mich eigentlich direkt mal durchporten. Und dann gehen wir direkt, ja, zu den Sochers. So machen wir's. Ähm, ich port mich mal eben durch. Ich freu mich, Leute. Ich freu mich mega. Das lief sehr gut. Hier in Majora's Mask. Geil. Schöne Sachen bekommen. Mega. Ich freu mich. Gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir... Ja, groß machen müssen wir uns nicht. Wir müssen zum Haya-See, damit wir durchtauchen können. Und... Ja, theoretisch müssen wir beim Kokiri-Wald nochmal vorbei. Wollen wir das noch schnell... Komm, wir machen nochmal schnell. Wir machen nochmal schnell. Ich bin heute in Gönjamin-Laune. Wir gehen jetzt als junger Link nochmal kurz zum Labor. Das ist nämlich im Kokiri-Wald. Da tauchen wir mal ganz kurz nach unten. Da kriegen wir noch ein Random-Item. So. Das wird heute fett Überlänge, Leute. Das werden, glaube ich, 27 Minuten heute. Aber... Ich kann jetzt nicht aufhören. Ich will das jetzt noch machen. Und danach können wir theoretisch Lord Jabu-Jabu... Abstechen. Der arme. Der hat ja gar nichts damit zu tun eigentlich. Der arme Fisch. Ja. Kommt halt dann drauf an, was da jetzt wieder auf uns wartet für den Gegner, ne? Den müssen wir auf jeden Fall als junger Link klatschen können. Kann halt gefühlt alles sein. Dongo-Dongo. Äh, die Hexen können es nicht sein. Ich bin gespannt. Einfach abwarten. So. Wir tauchen einmal nach unten und kriegen ein Random-Item. M-m-m-m. Nice. So, mein Guter. Dann, äh... Ah, schade. Hätte ja was sein können, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part gleich am Haiersee wieder. Und dann leg mal los, Leute. Dann leg mal los. Dann zerstören wir das Game hier. Dann ziehen wir hoffentlich so gut an, dass wir irgendwo noch ein geiles Random-Item bekommen. Ich hoffe es so sehr. Bitte, bitte. Gut, Leute. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten. Zum Majora's Mask und Ocarina of Time. Combo-Randomizer. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü